In einer nördlichen Provinz Chinas ist laut Zeugenaussagen ein außerirdisches Flugobjekt gesichtet worden. Die Antworten der Dorfbewohner zum Ereignis fielen allerdings sehr vage aus. Vor ein paar Tagen habe ich im Dorf gehört, dass meine Enkelin ein fliegendes Ding gesehen hat. Dabei irgendetwas über meine Frau. Direkt über den Dorf. Meinst du, dass das UFO eines Tages in euer Dorf zurückkehren wird? Sag ja. Äh, das kann schon sein. Die chinesischen Behörden verweigern derzeit jegliche Auskunft zu dem Thema. Ob es sich bei dem Flugobjekt tatsächlich um ein UFO handelt, konnte bisher nicht verifiziert werden. Unter diesem Baum hat Koyun es gesehen, das UFO! Ihr habt sicher gemerkt, dass sich das Dorf in einer Phase der Veränderung befindet. Regeln, die ihr alle auswendig lernen solltet, wenn ihr schnell reich werden wollt. Wir haben die volle Unterstützung der Regierung. Danke. Danke. Cheers. Die Mitarbeiter an diesem Projekt war ausschließlich freiwillig. Ich bin schon ewig der Fleischhändler. Touristen haben sich über mangelnde Hygiene beklagt. Ich habe die Ernte verloren. Das ist mein letzter Spanferde. Deine Eheschließung wird dafür Sorge tragen, dass ich wiedergewählt werde. Du hast unseren Ruf ruiniert. Du allein! Und ich denke, dein Land, China, ist das Land des Zukunfts. Klingt nach verdammten Kapitalismus. Was reden Sie da für Mist?